Ein frischer Wind in den Haaren, ein interessantes Panorama, eine Schiffsfahrt auf dem Wallensee ist immer entspannend. Ein Besuch von Quinten immer etwas Spezielles. Abseits vom Strassenverkehr, eben noch zu Fuss und mit dem Schiff erreichbar, der Ort am Fuss vom steilen Nordhang vom Wallenseeufer mit mediterranem Klima. Ja und da gibt es eben das Raupenhotel, an erhöhter Lage, sehr schön gelegen. Da spinnen die Raupen ihre Seiden, kilometerlang und eine Scharfe und engagierte Quintner macht es möglich. Die Rosemary Büsser hat mich schon erwartet, weil es eben jetzt eine Zeit war für die Verpuppung. Ja, das ist Quinten, hier von den Verranden des Raupenhotels. Quinten, liebevoll gekägt und gepflegt von den Einwohnern, die ihrem Ort mit ihrem Engagement den Reiz verleihen. Zwei von ihnen habe ich antroffen, eben die Rosemary Büsser und Hans-Peter Stüssi von der Stiftung «Quinten lebt». Noch lebt, wie ich erfahren habe. Ich habe mit Hans-Peter Stüssi zuerst gesprochen. Ende Juni 2019, Quinten an schönster Lage. Beim neuen Raupenhotel, jetzt auf der Verrande, bei mir, der Hans-Peter Stüssi. Ja, in diesem Raupenhotel, in dieser schönsten Lage, das erreicht man übrigens vom Stegen weg in fünf bis max. 10 Minuten, in diesem Raupenhotel an schönster Lage, da kann man eben natürlich die Raupenzucht anschauen, sich informieren lassen, eine Führung machen, aber eben auch geniessen. Quinten hat ja einen Haufen Plätze zum geniessen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aus meiner sehr laienhaften Sicht von Quinten, das Raupenhotel in dieser Superlage ist wirklich etwas ganz Spezielles. Hans-Peter Stüssi, du bist eigentlich Architekt, wahrscheinlich jetzt im unruhigen Zustand eines Pensionisten. Du bist seit 35 Jahren hier in Quinten. Da hast du mir gerade vorhin gesagt, da hätte es einmal einen Herr Bär gegeben, und diese Raupenzucht sei eigentlich nichts Neues, das sei einfach eine Revival. Was kannst du mir dazu erzählen? Das ist richtig. Viele Leute meinen, dass diese Raupenzucht ich gehabt habe. Wahr ist aber, dass ich sie nur dem Bär gestohlen habe. Also der Bär hat ein Bücher herausgegeben, das war glaube ich in den 50er Jahren, das daraus hervorgeht, dass um die Jahre 1870 in Quinten schon mal eine blöde Zeit gegeben hat, wo Seiderraupen gezüchtet worden sind und vor allem, wo Seiden auch gewoben worden sind. Und er beschreibt eindrücklich natürlich über das harte Leben zu dieser Zeit, aber dass auch fast in jedem Quintner Haushalt ein Seidenwebstuhl gestanden ist. Das ist so gewesen, dass die Industriellen von der anderen Seeseite haben es dann Leute die Webstühle beschafft, finanziert und die haben dann das in Heimarbeit abarbeiten. Aber es ist dann wahrscheinlich so um 1900 rum, ist dann die Seiderraupengeschichte wieder ausgestorben, weil Industrialisierung und auch Krankheiten, die es da hatte, zum Niedergang von der Seiderraupengeschichte geführt hat. Aber damals war es eigentlich ein Erwerbszweig hier in Quinten? War es? Ich würde sagen, das war Heimarbeit. Aber ich denke, gelebt haben die Leute zu dieser Zeit, von einfach ein bisschen Feenzucht, ganz Feenzucht, Geissen, Fischerei. Aber es war sehr ein Harzbrot, das ist klar. Es hat ja da eigentlich nichts anderes als Bäume, Steine und Wasser. Und da hat die Stiftung Quinten lebt, das wiederbelebt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hat es Initialzündung gegeben? Braucht ja Mut, von der Idee bis zur Umsetzung ist ja einiges, oder? Ja, Quinten lebt ist ganz eine andere Geschichte. Aber natürlich, Quinten lebt schreibt sich auf Fahnenzahleroberst Schaffung von Arbeitsplätzen in Quinten, Schaffung von Wohnraum. Und im Zusammenhang von Arbeitsplätzen ist auch das Projekt Siderraupen zu sehen. Wir meinen eigentlich, dass wir ein bisschen Siderverkaufen können. Wir wollen auch in einem späteren Zeitpunkt mal selber weben, selber designen und es gibt wieder Quintner Label gegeben, wo man Siderhut oder Schale oder so etwas kaufen kann. Was aber viel wichtiger ist, wir wissen, dass aus Siderhut natürlich keine Staten mehr gemacht werden kann, weil Konkurrenz China oder einfach aus den asiatischen Ländern ist viel zu gross. Was mir aber ganz sicher wird, wir werden ein paar Sachen bei uns verkaufen und wir werden den Leuten zeigen, wie das Gewerbe funktioniert, wie das gemacht wird von Grund auf. Das wird uns Führungen geben. Das ist übrigens auch sehr gut angelaufen. Es können jetzt schon ganz viele Leute schauen, wie man diese Raupen züchtet. Und da verkaufen wir ein bisschen einheimische Produkte, Wein und was einfach in Quinten hergestellt wird. Und wir verlangen natürlich auch etwas für so eine Führung. Das wird schlussendlich in die Stiftungskasse fliessen und dort wieder in Quinten verwendet werden. Mir ist aufgefallen, du stellst dir das Licht gerne unter Schäfel all deine Leistungen, die stellst nicht immer im Vordergrund. Aber es steckt ein Geissen weg, wenn es Menschen wie deine gibt, die Quinten am Leben erhalten, dann könnte es schwierig werden. Es ist schon wichtig, dass man immer etwas tut, immer etwas macht. Ja, aber man muss sagen, jemand hat vielleicht eine Idee und die lancieren. Aber Ideen haben viele Leute und die Ideen müssen auch getragen werden. Es braucht viele andere, die auch ihre Freizeit investieren, um ein Ziel zu erreichen. Freizeit, du hast mir gesagt, du bist eine Stiftung, Quinten lebt, mit der Alpe ist nur am Rand zu tun. Aber auch du bist auch Maulbierblätter sammler, ich habe dich selbst gerne mal gefilmt, du engagierst dich immer dort, wo Engagement wichtig ist. Ja, also grundsätzlich muss ich vielleicht gleich ein Wort über Quinten sagen, 38 Einwohner zur Zeit durchschnittsalter etwa 65 und in 20 Jahren ist das leichter zu lösen, wenn man nicht fertig bringt, dass junge Leute auf Quinten kommen. mein aller oberster Ziel ist, das herzubringen. Ohne Junge wird Quinten ein Ressort werden, wie Unterterzen, wo einfach Ferienleute kommen und kalte Betten gibt. Winter versuche auf meine Art das Ruder noch mal umzuwerfen. Was schwierig ist, aber wir sind dran. Auf eine engagierte, sehr kompetente Art, wie ich jetzt am Rande wahrgenommen habe. Und dazu gehört natürlich auch die Möglichkeit von Swisscom, nach wie vor noch etwas, dass man von da aus auch Internet brauchen, gut telefonieren kann. Das wäre wahrscheinlich wichtig, die Anbindung. Ja, also Sideralb eigentlich ja jetzt nicht ähm, wir reden über Sideralb, aber neben Sideralb Ja gut, ich meine, die Sideralb bespannen Pfäden von zwei Kilometern, die gehen ins andere See rauf. Und es ist für mich als Laie nicht verständlich, dass man von Swisscom nicht das gleiche machen wie Sideralb Ballocken schafft. Ja, das siehst du absolut richtig. Also Swisscom hat hier einen miserablen Job gemacht. Seit Jahren verspricht man uns eine bessere Anbindung ans andere Ufer. Und gerade im Zusammenhang mit der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen hat Quinten nur eine Chance Aussen. Das sind IT-Leute im weitesten Sinn, die etwas auf dem Internet machen. Denn jeder, der eigentlich einen Telefonanschluss hat, kann das bewerkstelligen. Die ersten Leute, die wir versuchen, anzudeln, sind prompt gekommen und gesagt, es gefällt uns Quinten. Wir haben eine IT-Firma. Was haben wir da für einen Anschluss? Und dann müssen wir sagen, keinen. Oder einen Hunds miserablen. Und das ist unerträglich. Das muss ich sagen. Wir zeigen jetzt mal, wir wollen das weiter intensivieren. Wir haben es jetzt klar platziert, dass es einiges muss gehen. Wir zeigen jetzt mal, dass das Engagement Sideralb, wo wirklich sehr, sehr viele Leute beteiligt sind, eben in Fronarbeit, in Freiwilligerarbeit. Wir haben das einfach Trossmere bei uns, die das jetzt so erklärt. Und wir zeigen vielleicht nach aussen auch das Engagement, das es würde verdienen, dass man auch extern während das angesprochen unterstützt wird und nicht einfach nur daherkommt, Schönwetter, Quinten anschaut, Sideralb besonders sich bewusst ist, was Quinten eben braucht, um auch überleben zu können. Und Quinten, das sage ich jetzt einfach mal von mir aus, ist ja auch ein Vorzeige- Örtchen von unserem ganzen Kanton. Also etwas, das sich wirklich lohnt, mit allen Möglichkeiten zu erhalten. Ja, also wenn ich da ein Statement abgegeben kann, ist es eine Politik ohne Mithilfe und zwar auf breitester Ebene von Politik wird Quinten einfach tot sein. Das hat ein alter Politiker mir das gesagt, der immer gesagt hat, wir sollten etwas machen, Quinten stirbt, er hat gesagt, vergiss Quinten, Quinten ist schon tot. Und das ist auch der Grund, weshalb ich die Stiftung Quinten Lebt gegründet habe, weil ich finde, nein, es gibt uns noch. Und wenn Politik begreift, dass man nicht nur profitieren kann, also dass man nicht nur das Mittagessen und einen schönen Tag baden kann, sondern dass die Leute, die da leben, auch eine Grundlage haben. Allerwichtigster Punkt, möchte ich noch sagen, ist die Verbindung über den See, die eben gleich katastrophal ist wie die Internetverbindung. Wenn man dort keine Unterstützung kriegt von Politik, dann ist Quinten wirklich tot. Und das wäre schade. Und die Verbindung müssen wir sagen, eben natürlich vor allem auch zur Amtseite, morgen, früh, am Abend. Das ist es ja. Also man kann nicht zur Arbeit früh genug und am Abend kann man weder an einer politischen Veranstaltung, im Gesangsverein, im Turnverein, also es gibt kein Vereinsleben, wenn man in Quinten lebt. Und das ist ja für junge Leute ist das so. Oder auch für Eltern, jeder von uns ist in irgendeinem Verein und kommt mal am 10. nach Hause am Abend. Aber das ist in Quinten nicht möglich, weil das letzte Schiff im Winter um 9 Uhr fährt. Hans-Peter Stussi von der Stiftung Quinten lebt. Quinten lebt eben nur mit der Unterstützung, die wir da angesprochen haben. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Raub und zeigen, was diese Stiftung als ein Produkt und Idee von vielen ins Leben gerufen hat. Jetzt sind wir hier, das Allererste heisst es zu desinfizieren in diesem Fall. Ja, das ist ganz wichtig, weil man will natürlich verhindern, dass irgendwie die Krankheiten übertragen werden auf die Raupen. Es ist ein heigleses Gebiet. Normalerweise darf auch niemand hier reinkommen, du bist jetzt gerade fast eine Ausnahme. Und jetzt sind die Raupen in der Phase, in der sie sich einspinnen, oder wir hoffen, sie denken, sich demnächst einspinnen. Es ist noch schwierig, der Zeitpunkt optisch wahrzunehmen. Was hast du hier gemacht, vorher? Ich habe jetzt eine Raupen, die den Kopf so lupfen. Zeig mal eine dort unten. Wo hast du die gehabt? Das ist jetzt zum Beispiel eine. Sobald sie Bewegung macht, ist das ein Zeichen, dass sie parat ist, zum Einspinnen. Dann nimmt man sie und zieht sie in den Rahmen. Und zwar ist es noch wichtig, in welchen Rahmen ich die zu tun. Wir haben gestern Abend angefangen, die Raupen zu verteilen. Und der Rahmen ist jetzt mit dem Datum versehen, am 24.06. Und das ist jetzt der Raupen, der sich heute einspinnet. Demzufolge er Tage später, am 25.06. Und anhand von dem tut man dann auch die so lange runter. Die sind nachher in einer Ruhephase. Ah, ja, Moment schon. Ja, genau. Bis sie sich dann umwandelt, also bis sie sich dann verpuppt und später dann in den hochkommt. Jetzt links hat sie so Wattepäuschali. Was heisst es denn selbstwitten? Das da? Ja. Das ist noch vom Strick. Ah, nein, was ist im Rahmen deinem? Rechts hat sie Raupen und links die Wattepäuschali. Ja, das sind bereits Gokko. Ah, ja. Wenn man das genauer beobachtet, sieht man jetzt, die Raupen hat sich noch nicht so lange eingespunnen. Da sieht man noch, wie sie am Werk ist und sie macht ja immer die gleiche Bewegung in einer achten Form und die tut bis sie fertig ist. Was in was für einer Form? In einer Achterform. Ah. Sie windet sich immer gleich ein und aus einem schönen Gokko soll sie 2,5 bis 3 Kilometer Seiten faden gehen. Und darum ist es eben auch wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, dass man warnen kann, jetzt ist sie parat. Dann tut sie sich viel geschwinder einspinnen. Und so die, die vielleicht ein bisschen zu früh in den Rahmen kamen, gehen dann irgendwie noch ein bisschen spazieren. Und wenn wir dann halt mit 3'000, wie wir jetzt haben, 3'000 haben wir jetzt im Moment. Also 6'000 Kilometer. Jetzt der Rahmen hier auf der anderen Seite. Nein, weißt du, wir haben 6'000 bis 9'000 Kilometer. Seite, gell? Ja. In diesem Fall. Ja. Entschuldigung, das habe ich unterbrochen. Welcher Rahmen? Auch auf der anderen Seite. Dieser Rahmen, das sind alles gestern hochgehängt worden. Jawohl. Teilweise versuchen wir es versuchen, wir haben es noch nicht ganz herausgefunden, was ist das Ideal. Es steht teilweise bei der ersten Aufzucht, den wir gemacht haben, mit 1'000 Stück. Da haben wir es einfach von Hand genommen und in den Rahmen, die hier in den Gestellen hängen, reintun. Es gibt auch eine Möglichkeit, ich denke mir, wenn man mal 10'000 Raupen hat, ist das so nicht mehr zum Händeln. Dann muss man die Rahmen ins grosse Bett reintun und so schauen, dass sie sich selber einspinnen. Also eigentlich kannst du es ja ohnehin gehen, weil ich hier freiwillige Arbeit mache. Das ist so, und es ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo es sehr wichtig ist, dass man vor Ort ist. Ich meine, man kann diese nicht ein paar Stunden allein lassen, also man kann das allein lassen, aber in dieser Zwischenzeit passiert das, wenn sie übernachten, dann geht sie im Bett. Was machst du jetzt mit dieser? Das ist nicht so vorteilhaft. Das heisst, wenn alle Raupen im Rahmen sind, würde ja eh einmal der Mist weggeführt. Und gerade unten dran, rechts, siehst du eine, die kickeln jetzt auch schon. Also die, die kickeln, die meinenst du, sie sind reif zum... Die, die den Kopf so nach oben halten, also das ist jetzt eine typische, die hier auf dem Blatt. Das ist eine typische. Ja. Und wenn man sie wegzehrt, wenn man sie auflopft, merkt man, sie bleibt wie haften. Und man kann auch warnen, dass es da unten schon so ein Seidenfeder hat. Und demzufolge ist sie parat, um in den Rahmen hineinzügen. Da bist du ja ständig und immer noch ein bisschen überlegen. Ja. Ich bin heute Morgen relativ früh zu schauen, weil wir gefunden haben, wir müssen uns da Mühe geben, dass das alles gut über die Bühne geht. Und wir möchten ja möglichst die Koko in diesen Rahmen hineinhaben und nicht im Raupenbett. Es ist einfach so, man muss auch in der Phase, in der sie sich einspinnen, sich Zeit nehmen. Zum Beispiel mache ich das mit einer Lismernadle. Die habe ich jetzt nicht gerade griffen, für einmal da. Es ist wichtig, dass man die Gägele, wenn das noch so Kotgägele hat von den Raupen, dass man das so mit einer Nadel dort rauskriegt. Was hast du denn gemacht? Hast du im Bewechsel auf der Stärkestuhe damit ich ein bisschen weiter weg bin, damit ich nicht irgendetwas da noch infizieren? Also es ist so, es gibt ab und zu einmal noch Raupen, die sich noch nicht entleert hat. An und für sich sollten sie sich entleert haben. Und dann ist es wichtig, dass man die Gägele rausnimmt und dass man nicht irgendwie das interessante Bauwerk stört. Man tut das mit einer Nadel und dann kann man einfach das rein und dann geht gleich rauszwicken. Was sieht man da jetzt? Also die Raupen macht das erste Mal, wenn sie mal parat ist, um sich einzuspinnen, dort sind wir mit so Fäden, die sie zum Mund auslädt. Also es ist eine Flüssigkeit, die der Luft nachher sofort hart wird. Also wenn man das angreift, ist das härter als jetzt ein Spinnennetz. so, dann macht sie mal zu, damit sie nicht runterkommt. Und nachher fährt sie sich einzuspinnen. Man sieht es bei dieser jetzt noch ganz gut. Und vielleicht bis heute Abend ist das nicht mehr sichtbar, das Räupen. Dann ist es halt einfach schon ein dickeres Gokos. Wie lange haben sie zum Gokos machen? Ich sage mal zwei Tage. Innerhalb von zwei Tagen sind alle Gokos. Also alle Räupen sind nicht mehr sichtbar, sind überall Gokos draus. Jawohl, wenn man das oben anschaut, die links sieht man ein bisschen, und das rechts ist schon ganz fest eingespungen. Ganz genau. In der zweiten Reihe. Ja, genau. Hey, Naturwunder. Und jedes von diesen Gokos, also zwei bis drei Kilometer. Genau. Und woher kommt denn das nachher? Wie geht es nachher weiter? Also wir tröcknen sie hier in Quinten noch. Das ist auch vorgegeben, wenn man das handhaben muss. Und nachher schicken wir in einer Schachtel diese Gokos an das Weisssilk. Und das Weisssilk macht dann die weitere Verarbeitung. Also ein Teil davon ist bei das Weisssilk selber. Und ein Teil gehen sie einfach auswärts an Partner. Zum Beispiel ist es noch interessant, im Guarnerland wird die Rohseide nachher bedruckt. Und das wäre unser Nachburskanton. Die haben dann auch noch etwas zu tun mit unseren Räubchen. Und was wir vergessen, die Blätter können automatisch ins Bett rein? Sollt ihr natürlich die müssen? Ja, die Blätter tut man immer frisch ab dem Baum holen und nach einem Zwischenlagern in einem Keller. Wir sind in einer guten Situation und haben gewölbten Naturkeller. Und dort können wir am Morgen Blätter holen und haben genug Nahrung bis zum Abend. Und dann geht man am anderen Morgen wieder frische Blätter holen und streuen wieder ein. Woher hast du das alles gelernt? Ja, für mich war das alles neulang vor drei Jahren. In der ersten Aufzucht, die die Stiftung gemacht hat, als Pröbening, eine Versuchsphase, mit 500 Trauben oder vielleicht mit 1000, sah ich mal schauen. Und als ich raus war, aus dem Raum, habe ich gesagt, spannend, aber das ist nicht mein Ding. Warum? Ja, weil ich einfach denke, das braucht so viel Geduld. Klar habe ich von der ganzen Materie nicht viel gewusst. Und ich habe mir das eigentlich in dem Aufzuchtbuch, das es Wissilk gibt, wo eigentlich jede Bauernfamilie hat als Stütze. Man kann immer dort nachschauen, wenn man irgendwie bei dem Fahrplan, den die Raupen hat, eine Frage auftaucht, sehr viele Fragen dort beantwortet und sehr gut beschreiben. Und anhand von diesem Buch habe ich mir vieles erlernt. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal eine 3000 Aufzucht. Vorne waren das Aufzuchten von 500 und von 1000 und das habe ich jetzt bei drei Mal mitgemacht. Und es ist eigentlich mehr ein Labor. Wir haben eigentlich mehr ein bisschen probiert und geschaut, auf was muss man ein Augenmerk richten. Es ist über die ganze Aufzuchtphase sehr wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer stimmt. Jetzt sind wir gerade ein heisser Tag, müssen wir langsam wieder zutun, Ja, wir haben jetzt einen klimatisierten Raum. Jetzt sind wir mit dieser 3000er Aufzucht sehr gut eingerichtet und parat. Vorne haben wir das hilfsmässig mit Öveling gemacht und mit Befeuchter und dann Befeuchter. Aber jetzt haben wir eine tolle Maschine, die wir programmieren können und das dann ganz automatisch selber. Du gehst voll auf in dieser Arbeit, Quinten lebt auch dank dir. Das möchte ich jetzt so nichts sagen, aber ich denke mir, schon irgendetwas, weil Bewegung gebracht werden, finde ich es schon gut, wenn sich die Leute dafür interessieren und mithelfen. Es bin ja nicht nur ich, also es ist einfach momentan, bin ja gerade ich da, wo jetzt die Filmeaufnahmen sind, weil die Kollegin Rosi Murr, die mich noch recht stark unterstützt, die hat heute nicht kommen können, weil die haben jetzt halt das gute Wetter genutzt, für die viel Arbeit im Rettberg und sonst wäre sie jetzt auch dabei gewesen und auch der Hampen und die Iris, also es hat viele Leute, die mich unterstützt, ich bin nicht nur allein. Aber das ist für euch wichtig, dass Quinten weiterleben können und euer Engagement, das sollte ja auch in wichtigen Punkte, wie wir schon angesprochen haben, mit Hans-Peter unterstützt werden, das ist wirklich wichtig, oder? Ich finde schon auch und es geht ja nicht nur rein um Ziderraupen Aufzucht, das hat ja noch andere Sachen, die ich jetzt auch persönlich sehr gut finde und im Zusammenhang mit dieser Siderraupengeschichte versuchen wir ja mal bei den Führungen, die wir haben und da sind wir erfreut, dass wir so viele Führungen schon gebucht haben und bereit schon Führungen haben für das nächste Jahr und ich glaube jetzt langsam wird unsere Aufzucht ein bisschen publik gemacht, auch in den Medien und so und ich denke mir, für das nächste Jahr würden wir noch mehr Anmeldungen haben für Führungen und weil wir jetzt so gut eingerichtet sind mit unserem Beizli haben wir die Leute natürlich auch ein bisschen bewirten sicher nur einen kleinen Rahmen aber ich meine es hat so viele Leute, die profitieren von dieser Sache die man zuerst gar nicht denken würde aber wenn ich eine Gruppe habe für eine Führung für 20 Personen und die nehmen vielleicht bei uns noch den Aperon was sehr toll ist und gehen sich ja nachher ins Dorf verpflegen also dem zufolge hat nachher auch das Restaurant wieder etwas und gleichzeitig im weitesten Sinne der Rappauer weil der kann ja den Wein liefern nicht beizt und so ist es eigentlich die zusammenhängt das ist eindeutig hat unglaublich viel zu bieten wenn man da durchläuft eben von der Auge eben Richtung Schiffslände oder Seehaus muss man vielleicht alles erwähnen dann hat es wirklich unglaublich viel zu bieten hat auch kleine Läderlein mit Spezialität etc. und so weiter und um das eben erhalten zu können braucht es natürlich noch ein kleines bisschen mehr als nur den sonnigen Tag das mal geniessen wenn man es weiterhin will geniessen können das alles hier belebt und dank eurem Engagement belebt wird dann braucht es wirklich eine große Unterstützung auch von extern oder? Ja ich denke bei uns intern ist einfach viel Herzblut dahinter für die Geschichte aber es wird länger sein mehr von aussen her auch gutiert dass wir auf einem Erfolgskurs sind am Anfang hatte ich gewisse Zweifel bei den Leuten was ja irgendwie vielleicht auch normal ist aber wo man dann gemerkt hat dass es uns ernst gilt und wir haben 500 Mulberrybäume Pflanzen und Nahrung für mehr Raupen als wir jetzt noch haben bei diesen 3'000 und wir nutzen ja auch die vorigen Blätter zum Beispiel für Tee und das finde ich eben selber auch eine spannende Sache weil den Tee können wir sehr gut verkaufen dann verkaufen wir im Raupenhotel dann verkaufen wir im Geschenkslädeli und kürzlich hatten wir einen Auftrag von einer Gesellschaft die hier eine Führung hatte und die haben unsere Teedosen als Tischdekoration bestellt und wir durften das bereit machen für diese Gruppen und so finde ich einfach das nahe das nahe da tut sich noch manchmal die Türchen auf und wir sind jetzt im Moment die einzigen Schweizer Bauern die Siderraupen haben die grössten den Tee anbieten und wir können das nur machen weil wir vor Ort an eine Asiatin haben die uns gezeigt hat wie man das macht und die uns auch die nötigen Utensilien besorgt hat das sind so riesengroße Pfannen die wir Teerösten tun also wir holen die Blätter gleich frisch von den Bäumen und rösten und der Röstprozess dauert sehr lange man muss das fünfmal rösten und wieder abkühlen bis dann der Prozess durch ist aber wir haben einfach nach einem exklusiven Tee und das finde ich auch toll ist es eine Beschäftigung wo sich jetzt Freiwillige auch gemeldet haben wenn er wieder mal Tee röstet dann kommen wir Berichte und unterstützen und da sind vor zwei Wochen sicher sieben acht Personen gekommen und haben uns unterstützt und da sind ein bisschen ein bisschen ein bisschen das ist das ist ein bisschen das ist das ist das ist